Hallo, mein Name ist Manfred Klemm. Ich bin Serviceleiter hier im Volkswagen Zentrum Kaiserslautern. Hallo, mein Name ist Dirk Liebrich. Ich bin Serviceleiter im Audi Zentrum Kaiserslautern. Wir gehören der Rittersbacher Gruppe an. Rittersbacher Gruppe ist ein Traditionsunternehmen mit über 400 Mitarbeitern, auf diese fünf Standorte verteilt. Wir suchen dich als Kfz-Mechatroniker oder auch Servicetechniker. Du solltest eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung haben, vielleicht auch Servicetechniker. Mindestens zwei Jahre Erfahrung sollten da sein. Egal was für eine Automarke, es muss nicht unbedingt VW oder Audi sein, wo die Erfahrungen gesammelt worden sind. Wenn du die Erfahrung hier bei uns einbringen willst, bist du herzlich willkommen. Dich erwartet bei uns die Arbeit an hochwertigen Fahrzeugen der Marke Audi und VW, sowie die Arbeit mit neuesten Technologien, wie zum Beispiel der Elektromobilität. Dich erwartet bei uns ein Arbeitsplatz, der den neuesten Standards der Audi und VW-Welt entspricht. Regelmäßige Schulungen werden angeboten, Ausbildungen. Wir arbeiten eng mit dem Hersteller zusammen. Du fängst bei uns in einem jungen Team an, bei dem sich keiner zu schade ist, dem anderen zu helfen, denn das alles auf freundschaftlicher Basis. Du wirst bei uns umfangreich eingearbeitet, mit vollster Unterstützung vom gesamten Team. Seit meiner Ausbildung im Jahr 2003 gehöre ich schon zur Gädesbacher Familie. Zu meinen Aufgaben zählt die Diagnose und Instandsetzung der Fahrzeuge, sowie die Qualitätskontrolle. Die Hilfestellung meiner Kollegen darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen. Dich erwartet hier eine sichere Arbeitsstelle. Unsere regelmäßig stattfindenden Events, wie Weihnachtsfeiern oder Jahresjubiläen, haben bei der Größenordnung schon fast groß Veranstaltungscharakter und sind immer sehr schön und unterhaltsam. Wenn Dir das Video gefallen hat, dann klick einfach auf den Link im Text und beantworte uns ein paar Fragen. Kein Lebenslauf oder Bewerbung ist notwendig. Ich würde mich freuen, wir melden uns bei Dir.